Das ist jetzt der letzte und abschließende Teil von dem Latex-Test. Das letzte Mal war es die gleiche Bandbreite und jetzt ist es das gleiche Auszugsgewicht. Das ist ein Goldband mit 8 Kilo, also alle 8 Kilo Auszug Butterfly für 12 mm Stahl. Alle Schleudern haben die gleiche Gabelbreite, überall sind die gleiche Leder dran. Die Bänder sind so geschnitten, dass sie praktisch für jedes Band die optimale Dehnung haben, das heißt das schwarze Band ist das kürzeste und die anderen beiden sind eigentlich gleich lang. Die sind 28 cm lang und das schwarze da ist 26 cm lang. Die Bänder sind dann also so ziemlich am Anschlag beim Schießen, 1,50 m Auszug und dann mal gucken, was jetzt rauskommt. So das ist jetzt der Chrony-Test. Ich versuche diesmal die tatsächliche Geschwindigkeit aufzunehmen beim Zielschießen aus 7,50 m Distanz. Ich schieße 10 Schuss pro Band, also 30 Schuss und hoffe mal, dass es ein paar Messergebnisse gibt. Was soll denn das Band? Bis zum nächsten Mal. Das Band? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Kaffee Das war's für heute. 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 Das war's für heute.